Hallo meine Lieben, herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Time for Crime. Schön, dass ihr alle wieder mit dabei seid, heute am Freitag. Es geht ins Wochenende, ich entlasse euch mit dieser Folge ins wohlverdiente Wochenende. Und seid gespannt, es folgen heute zwei Mordfälle, eine aus Schweden und eine aus Deutschland. Ja Leute, im ersten Fall nehme ich euch mit in das Jahr 2005 nach Schweden. Es geht hier um einen Doppelmord und zwar geht es um den Doppelmord von Thor Oeberg und Gerd Wiglund. Und kann auch sein, dass es Gerda ist, aber überall stand Gerd. Deswegen, also wenn ich Gerd sage, dann ist es die Frau hier in diesem Doppelmord. Ja, kommen wir erst einmal zu Thor Oeberg. Er wurde 1935 in Dänemark geboren und Anfang der 70er Jahre ist er nach Bratas gezogen. Also nach Schweden. Er kaufte dann den landwirtschaftlichen Betrieb seines Vaters. Er war zu dem Zeitpunkt auch verheiratet und hatte zwei Töchter namens Inge und Babro. Dann gab es die Scheidung leider 1985. Da war Thor 50 Jahre alt. Und kam er mit Gerd zusammen. Ja, kommen wir jetzt zu Gerd Wiglund. Sie wurde 1938 geboren und lebte in Hernösand. 2005 war sie, wie ihr schon ausrechnen könnt, 20 Jahre mit Thor zusammen. Gerd hatte bereits schon Enkelkinder. Thor war, also zu Thor nochmal einmal zu sagen, er war Mechaniker. Er war immer gerne auf Wildjagd unterwegs. Hatte Waffen und besaß auch einen Waffenschrank auf seinem Hof. Und ja, zu diesem Zeitpunkt, als dieser Doppelmord passierte, kurz vorher, kamen sie gerade von einer Reise aus St. Petersburg zurück. Da wurde Thor nämlich gerade 70 Jahre alt. Ja, und wie das Ganze anfing, das erzähle ich euch jetzt, wie das Ganze abgelaufen ist. Die beiden kamen, wie gesagt, von ihrer Reise zurück. Und dann war es Dienstag, der 31. Mai 2005. Um 11 Uhr klingelte das Telefon und Gerd nahm ab. Es war die Tochter dran von Thor, und zwar Babro. Sie rief eigentlich jeden Tag an, um mit ihrem Vater zu reden, zu sprechen. Und ja, das ist halt so Gang und Gebe gewesen. Und sie war halt sehr überrascht, dass Gerd ans Telefon ging. Denn Gerd war eigentlich dienstags nie wirklich dort zu Hause. Zumindest auch nicht um diese Uhrzeit, um 11 Uhr. Denn, ja, sie hat sich dann auch viel um ihre Enkelkinder gekümmert. Und gerade auf dem Dienstag. Daher wusste Babro, dass sie eigentlich nicht da sein könnte. Aber an diesem Dienstag war es anders. Denn ihre Enkelkinder waren krank zu Hause. Und da hat dann der Papa auf die Kinder aufgepasst. Ja, und genau. Gerd erzählte dann Babro, dass Thor gerade draußen ist und Holz hackt. Und da meinte Babro, sie würde dann abends nochmal anrufen. Und das tat sie abends auch. Aber da ging keiner ans Telefon. Das war jetzt, da ging es dann schon los, dass niemand abnahm. Einen Tag später dann versuchte sie es erneut. Am Mittwoch, den 1. Juni 2005. Aber auch dort ging keiner ans Telefon. Also auch vormittags nicht. Ich weiß nicht, wie oft sie dann angerufen hatte. Aber niemand an diesem Tag hat das Telefon abgenommen. Dann war es schon Donnerstag, der 2. Juni 2005. Auch hier hat sie versucht anzurufen. Aber auch dieses Mal ging keiner ans Telefon. Und jetzt war es ihr einfach zu viel. Sie fuhr dann zum Haus ihres Vaters. Zu diesem großen Hof, zu diesem großen Besitz der Familie, gehörten zwei rote Grundstücke. Was das zu bedeuten hatte, kann ich euch letztlich sagen. Auf jeden Fall stand zwei rote Grundstücke. Vielleicht meinen sie zwei große Grundstücke. Ich weiß nicht genau. Jedenfalls war dort ein Wohnhaus platziert. Und dort war auch eine große Scheune. Die Scheune benutzte Thor eher als Werkstatt. Und als Babro dann den langen Schotterweg bis zur Farm rauf fuhr, hat sie natürlich auch schon das Haus gesehen. Und da sah sie aber auch das Auto ihres Vaters, das ganz normal im Carport verstaut war. Und da war noch eigentlich alles in Ordnung. Es wirkte halt nur sehr ruhig und verlassen, das Ganze. Und genau, auf dieser Kies-Auffahrt, die so lang gezogen bis zum Haus reichte, dort war ganz am Anfang dieser Kies-Auffahrt ein Briefkasten, der natürlich auch von der Familie ganz normal jeden Tag geleert wurde. Dieser war aber bereits voll. Das hat sie natürlich auch sofort gesehen. Und das war schon sehr außergewöhnlich. Und da hat sie wahrscheinlich schon gedacht, da stimmt irgendwas nicht. Nicht nur, dass sie nicht die Anrufe angenommen haben, sondern dass der Briefkasten schon voll war. Aber ja, das ist natürlich, ja, man sagt so eine Red Flag, ja. Dann hat sie, als sie zum Haus kam, Gerds Fahrrad auf der Veranda stehen sehen. Das war jetzt nicht außergewöhnlich, aber dass sie dann halt wusste, dass Gerd da war. Weil es war halt so, ich weiß nicht, ich komme jetzt, glaube ich, noch mal nachher drauf zurück, aber ich kann es euch jetzt schon mal so aus dem Kopf sagen, dass Gerd nicht dort wohnte und dass sie, wenn sie Toa besuchen wollte, mit dem Fahrrad kam. Und daher hat natürlich Babro gleich gesehen, okay, Gerds Fahrrad steht auf der Veranda, also muss sie ja hier sein. Unter anderem, ne. Ja, sie betrat dann das Haus, was erstmal unverschlossen war. Und alle Schränke und alle Schubladen waren offen. Ne, es war vieles durchsucht worden. Also das war natürlich, ich will mir das nicht vorstellen, was sie dann in dem Moment gedacht hat. Was für ein Anblick dann alleine dieses Chaos dann in ihren Kopf gemacht hat. Daraufhin ist sie dann, ohne weiter im Haus rumzugucken, wo ihr Vater ist, wo Gerd ist, ist sie dann in die Scheune gegangen. Ja, dort hat sie, ja, wie soll ich das beschreiben? Und schon an der Tür hat sie auf dem Boden etwas Rotes gesehen. Was so aussah wie rote Farbe. Aber es war keine rote Farbe, es war Blut. Ja, es war wirklich Blut auf dem Boden, schon vor der Scheune. Und als sie dann in die Scheune hinein ging, fand sie dann die Leiche von Gerd, die, ähm, über ihrem Kopf wurde eine Jacke gelegt. Also sie wurde sozusagen bedeckt. Und, ähm, das war natürlich schon ein sehr, sehr schlimmer Anblick. Danach lief sie ins Haus und rief von dort aus die Polizei. Es war ungefähr 14 Uhr, um, sodass ihr mal so eine Vorstellung habt, ähm, ja, aber ihr Vater ist nicht aufgetaucht. Ähm, man hat ihren Vater erst mal nicht gefunden. Es ist ja ganz klar, dass, wenn man jetzt Thor sucht, ihn natürlich dann auch als Täter, ähm, benennt im ersten Augenblick. Also, dass man schon gedacht hat, dass er irgendwas damit zu tun haben könnte. Drei Stunden später, und das ist, finde ich, also wirklich eine, also ich finde das so schlimm. Und eigentlich auch von der Polizei, ich weiß nicht, wie das angehen kann. Ich wollte schon sagen, äh, eine Frechheit. Aber ich, also, es will mir, seitdem ich das recherchiert habe, nicht in den Kopf, warum man drei Stunden, nachdem die Polizei vor Ort war und, ähm, ja, Spuren gesichert hat in der Scheune und so weiter, ähm, an der Leiche von Gerd, dass man wirklich danach, drei Stunden später, ungelogen die Leiche von Thor fand und das nicht einfach irgendwo auf irgendeinem Feld oder nahegelegenen Wald oder, äh, vielleicht doch im Haus, nein, zwei Meter von Gerd entfernt. Zwei Meter. Und das drei Stunden später. Also, das verstehe ich nicht. Bitte, schreibt es mir, was ihr davon haltet, aber das ist doch wirklich ein bisschen kurios, oder? Ja, das einmal, ähm, zu dieser Auffindesituation. Und, äh, ja, auch Thor, Thors Leiche wurde mit Tüchern und Decken bedeckt. Ja, und man geht davon aus, dass er als erster von den beiden getötet wurde. Dann wäre wohl die, also, so geht man davon aus, von diesem Tathergang, dass die 67-jährige Gerd vor der Scheune getötet wurde ähm, und dass sie dann an den Beinen in die Scheune wieder zurückgezogen wurde. Also, dass sie das irgendwie vielleicht gesehen hat oder die Leiche ihres, ähm, Lebensgefährten, sag ich jetzt mal, gefunden hat und dann weglaufen wollte. Und man hat sie dann vor der Scheune ermordet und dann wieder in die Scheune gebracht, da, wo man sie dann auch gefunden hat. Es gab, äh, stumpfe und auch scharfe Gewalteinwirkungen gegen den Kopf. Das bedeutet, man geht davon aus, dass es eine Axt oder ein Axt-ähnlicher Gegenstand war, der für die Tötung hier benutzt wurde. Es gab dann auch einen Zeugen, der sich gemeldet hat aus der Nachbarschaft. Der hatte Thor am 31. Mai 2005 um 10 Uhr morgens am Briefkasten gesehen. Was nicht so außergewöhnlich war. Was aber an dieser Situation außergewöhnlich war, ist einfach, dass man sich so vorstellen muss, wenn Thor auf dem Hof unterwegs war, dann trug er keine Alltagsklamotten. Jetzt auch, wenn er zum Briefkasten gegangen ist. Jetzt stand aber sein Auto am Briefkasten und er war in Alltagsklamotten. Was sonst nicht der Fall war. Und das ist so ein bisschen kurios hier an dieser Sache. Und, ähm, wie gesagt, er fuhr auch nie mit dem Auto zum Briefkasten. Der ist da zu Fuß hingegangen, aber halt mit Arbeitsklamotten, ne, und war dann halt auf dem Hof immer mit Arbeitsklamotten unterwegs, ne. Und, ähm, Alltagskleidung hat er dann nur getragen, wenn Besuch kommen sollte. Also, haben sie jemanden erwartet? Ansonsten kann man sich das jetzt eigentlich nicht so weit vorstellen, warum er jetzt Alltagskleidung angehabt haben sollte. Was noch interessant ist, ist, dass eine Sichtung, ähm, ja, passiert ist. Ich weiß nicht, wie man es sonst sagen soll. Und zwar wurde ein roter Pkw gesichtet. Um 9 Uhr auf der Straße, neben dem Hof, war dieses, äh, Auto geparkt. Nachmittags hat man dort einen roten Kombi stehen sehen. Und zwar, äh, zwischen 14 und 16 Uhr. Und, äh, ja, das, ähm, ist schon sehr verdächtig. Wie ich ja vorhin schon erwähnt habe, waren ja die ganzen Schränke, Schubladen und so weiter, alles durchwühlt und offen. Also, das Haus wurde durch die, man geht davon aus, die Täter oder, ne, ähm, durchsucht. Und, man geht aber nicht davon aus, dass es sich hier wirklich um Raubmord handeln könnte, da noch 10.000 schwedische Kronen irgendwo versteckt waren. Und die Täter, der Täter, wie auch immer, ähm, sie haben es nicht gefunden. Ja, die 10.000 schwedische Kronen waren immer noch dort. Also, man wird, nach irgendwas Speziellem gesucht haben. Und die Frage ist, hat man es gefunden oder hat man es nicht gefunden? Und, ähm, draußen auf dem Hof hat man dann, ähm, ja, zwei verschiedene Spuren gefunden. Und zwar von verschiedenen Schuhen. Und zwar einmal, äh, Reebok in der Größe 44, 45 und einmal Victory in der Größe 38. Und die hatte man dann auch später, genau diese Größe mit der 38, auf dem Dachboden auch nochmal vorgefunden. Ähm, ähm, eine Spur. Und in der Scheune wurde eine Fremd-DNA gefunden. Was natürlich auch ganz wichtig ist. In so einem Doppelmordfall. Oder allgemein. Ne, ihr wisst, was ich meine. Und dann wurde ungefähr noch 100 Meter entfernt, wurde dann, äh, oder wurden dann noch ein paar Sachen gefunden. Und zwar erstmal ein Stoffbeutel mit, ähm, einem Dokumentenordner und eine Dokumententasche. So, ähm, genau. Es befand sich dann unter anderem auch die Geldbörse von Gerd dort, aber ihre Karte fehlte. Ja. Und jetzt kommt es, was ich richtig spannend finde, ist, es gibt, oder es gab in der Gegend natürlich sehr, sehr viele Geldautomaten. Und von diesen Geldautomaten waren ja sozusagen fast alle mit einer Überwachungskamera ausgestattet. Jetzt kommt's. Es gab einen Automaten in der Gegend, der ohne Videoüberwachung ausgestattet war. Und zwar auf einer Polizeistation. Ja. Oder neben einer Polizeistation. Jedenfalls, ähm, dort so, ähm, ich sag's mal in der Nähe. Und, genau in diesem Geldautomaten hat man dann die verschwundene Geldkarte von Gerd gefunden. Das finde ich wirklich, ähm, bemerkenswert, dass der oder die Täter das wussten, dass gerade an diesem Automat keine Videoüberwachungsaufnahmen, äh, gemacht werden konnten. Das Ganze fand dann um 3.30 Uhr statt. Und zwar am 1. Juni 2005. Ja, jetzt ist halt auch das Problem, dass man natürlich auch so ein bisschen an andere Sachen, also, nachgucken wollte. Das bedeutet, was war mit den Nachbarn? Gab es da ein gutes Nachbarschaftsverhältnis? Gab es irgendwelche Streits, irgendwelche Konflikte? Ja, die gab es wohl, ähm, von Thors Seite mit den Nachbarn. Nur zwei Theorien sind hier bekannt. Äh, Theorie Nummer 1. Es waren unbekannte Täter, was man aber nicht wirklich, ähm, sich vorstellen kann, da natürlich Geld und auch ganz, ganz viele andere Wertgegenstände dort gelassen wurden. Wenn es jetzt unbekannte Täter gewesen wären, und die wollten jetzt, ähm, so einen Raubzug machen, dann hätten wir natürlich auch, ähm, ganz, ganz viele andere Sachen dann natürlich mitgenommen, was hier nicht der Fall war. Zweite Theorie ist, dass es, ähm, bekannt, ein Bekannter oder ein Freund natürlich war. Und, äh, so wie ich ja vorhin schon gesagt habe, Thor war in seinen Alltagskleidung und das machte er ja nur, wenn er Besuch erwartete und, äh, war er dann irgendwie verabredet. Er wird dann auch, ähm, soweit ich das lesen konnte, Gerd angerufen haben, ähm, dass sie bitte irgendwie vorbeikommt und dann kam sie ja mit dem Fahrrad noch vorbei und dann ist das Ganze ja passiert. Vielleicht ist irgendetwas eskaliert. Es war wirklich jemand, äh, Bekanntes. Nur die Frage ist, was hat derjenige, äh, gesucht, ja? Und, genau, vielleicht hat man einfach die Karte auch mitgenommen und gestohlen, um es einfach wie so ein Raubmord aussehen zu lassen, genauso wie mit, ähm, den Schränken ausräumen und so. Vielleicht sollte das alles nur so ein bisschen inszeniert werden. Man weiß es nicht. Vielleicht hat wirklich derjenige irgendwas Spezielles gesucht. Ähm, was? Das kann uns im Grunde genommen nur der oder die Täter noch beantworten, weil ich denke, so werden wir darüber keine Antwort finden. Ja, zu guter Letzt kann ich euch sagen, gibt's natürlich jetzt weiter keine Anhaltspunkte in diesem Fall, aber die Tochter von Thor, also Barbro, sie lebt heute immer noch auf dem, auf diesem Hof. Die ist dann auf diesen Hof gezogen, nachdem dieser Doppelmord stattgefunden hat. Und das finde ich so bemerkenswert und stark von ihr. Es ist sehr, sehr schwierig, denke ich. Man wird immer an den Vater erinnert und, ja, kann man fast gar nichts zu sagen, ne? Also, vor allen Dingen, wenn der oder die Täter nicht gefangen oder nicht gefasst sind und immer noch frei rumlaufen und vielleicht auch durch irgendjemanden mitbekommen haben, dass die Tochter von Thor da noch lebt, dass eventuell diese Täter oder andere, die in Verbindung mit diesen Tätern stehen, vielleicht irgendwann mal auf diesen Hof wieder zurückkommen und vielleicht auch die Tochter von Thor irgendetwas antun wollen, warum auch immer. Ja, also, das ist schon, finde ich, sehr gruselig und Respekt, dass man da wirklich den Mut hat und das Anwesen nicht verkauft, sondern, dass sie da einfach so eingezogen ist, ne? Ja, also, findet ihr das nicht auch gruselig? Wenn man sich mal vorstellt, man weiß, die Eltern wurden, ich sag jetzt mal, die Eltern wurden auf dieser Farm umgebracht, man will es nicht verkaufen, ich kann es schon verstehen und nachvollziehen, ganz klar, aber dann selber da wirklich hinzuziehen und auch im Grunde nicht zu wissen, ob eventuell die Täter irgendwann mal wiederkommen, das ist, ähm, boah, das ist gruselig, kriegt Gänsehaut. Ja, Leute, das war jetzt erstmal der Fall aus Schweden, jetzt sind wir wieder in Deutschland und zwar geht es hier um den Mord an Rudi Wilhelm Mistele und zwar aus dem Jahr 1999. Ja, Rudi wurde 1920 schon geboren und zwar kommt er aus Nordrhein-Westfalen. 1999, als das Ganze passierte, war er schon 79 Jahre alt. Er lebte in Solingen und, ähm, ja, das Ganze schon seit 30 Jahren in seiner Wohnung dort. Er war zweimal verheiratet, hat zwei Söhne und zwei Schwestern, die beiden Schwestern sind, aber zu dem Zeitpunkt schon beide verstorben. so, dann kommen wir zum 18. Januar 1999 und zwar um 9 Uhr. Also, die Nachbarn, ich muss das mal vorher erzählen, die Nachbarn haben sich schon Sorgen gemacht, weil sie ihn schon ein paar Tage nicht gesehen haben und um 9 Uhr an diesem 18. Januar ist dann ein Nachbar in seine Wohnung gekommen, beziehungsweise die Tür, die Haustür stand offen, ja, und so ist er dann halt ganz vorsichtig in die Wohnung seines Nachbarn eingetreten und hat Rudi dort in seiner Wohnung leblos aufgefunden und er lag auf dem Boden und er wurde wirklich sehr, sehr, wirklich sehr schlimm zugerichtet. Er hatte auch schwere innere Verletzungen davon getragen und es gab auch Anzeichen eines Kampfes. Die Schränke und auch die Schubladen waren offen und durchwühlt, also so wie jetzt im Fall davor, so sah es in seiner Wohnung auch aus. Wochen zuvor suchte er und das finde ich sehr interessant, also das könnte so ein bisschen so ein Switch in diesem Fall bringen, Wochen zuvor suchte er nämlich eine Haushaltshilfe beziehungsweise eine Betreuerin via Kleinanzeigen und ja, da kann sie natürlich irgendjemand gemeldet haben, der ganz andere Sachen vorhatte mit ihm beziehungsweise was aber komisch ist, es wurde hier keine Fremd-DNA gefunden. Komisch finde ich das, weil es natürlich einen Kampf gab und auch Anzeichen eines Kampfes, aber wirklich keine Fremd-DNA, das ist schon sehr komisch. was auch noch wichtig ist zu wissen, das haben auch einige Leute so gesagt, dass Rudi sehr mit seinem angeblichen Vermögenswerten prallte und das kann natürlich irgendjemand wieder irgendeinen anderen erzählt haben und dann hat der das von dem erfahren und so weiter und dann ging das so die Runde und vielleicht ist das natürlich dann zu jemand ganz ganz Falschen gekommen. Ja, genau und es gab auch keine Einbruchspuren, das ist auch wichtig zu nennen und deswegen geht man davon aus, dass Rudi die Person oder die Personen in seine Wohnung freiwillig eingelassen hat, da er keinen Fremden in die Wohnung einfach so reinlassen würde und es halt dementsprechend keine Einbruchsspuren gibt. Ja, die erste Theorie, dass es wie gesagt ein fremder Täter ist, das ist hier eigentlich ausgeschlossen, auch aufgrund was ich eben sagte. Die zweite Theorie, dass es ein bekannter Täter war, ist halt klar, er geht man jetzt davon aus, er hat denjenigen freiwillig in die Wohnung reingelassen, es gab hier eine offensichtliche Täter Opferbeziehung und genau, also es wurde ein Mann von der Polizei gesucht, der in Tatortnähe aufgefallen war und man geht jetzt nicht davon aus, dass er was damit zu tun hat, mit der Tat, aber sie möchten halt gerne vielleicht gucken, wenn, dass er vielleicht eventuell hat er irgendwelche Hinweise zu dem Fall, dieser Mann, der dort gesucht wurde, der dort in der Nähe unterwegs war, war ca. 1,70m groß, hatte schwarze Haare, trug eine graue Jacke, trug eine grüne Jacke, ein Kapuzen Shirt, blaue Jeans und helle Sportschuhe und hatte Einkaufstüten und einen Rucksack mit dabei, eine Belohnung in diesem Fall wurde ausgelobt von 1.500 Euro. Ja Leute, dann sind wir schon am Ende, also ich habe jetzt zu dem Fall von Rudi auch nichts weiter, ich finde es nur wirklich immer sehr perfide und super schrecklich, wenn man ältere Menschen in ihren eigenen vier Wänden überfallen muss. Ja und dann noch so schlimm zurichtet, dass die Person dann auch stirbt. Also man hat jetzt nicht wirklich es an die Öffentlichkeit gebracht, wie er jetzt gestorben ist, aber es ist schon wirklich sehr brutal, was man da manchmal so hört, was dann so Rentner über sich ergehen lassen müssen, ist einfach so. Ja Leute, wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder Anregungen, dann schreibt mir ganz einfach, ihr wisst Bescheid über Instagram time unterstrich for crime ansonsten wenn ihr Fallvorschläge habt, könnt ihr das auch gerne dort schicken, würde mich sehr freuen. Ja und jetzt würde ich sagen, ich wünsche euch ein schönes Wochenende, passt alle auf euch auf, bleibt weiterhin gesund und wir hören uns dann am Dienstag wieder und glaublich da ist es schon der 16. Unfassbar, wie die Zeit jetzt rennt schon wieder, ist schon der halbe Monat schon wieder rum und wir hatten eben gerade erst Weihnachten, ne, darf man nicht nicht überlegen, so. Naja, Leute, also, nicht lang schlacken, ich wünsche euch alles erdenklich Gute, ein schönes Wochenende und bis Dienstag, ciao. Ciao.